Willkommen zurück zu meiner Folge, mal komm auf dieser Folge 954, wir waren dabei hier ein bisschen Glas zu setzen, genau, wunderschön. Da ist ein Glowing Squid, ich würde den eigentlich schon gerne haben, weil Glowing Squids haben wir noch nicht so viele. Komm, den holen wir uns grad mal, zack. Das gab's vier Stück, da sind noch mehr, uh, hier sind aber viele. Zack, zack. Hallo, lass dich doch töten, dankeschön. So, und da, oh, warte mal, hier müssen wir erstmal die einen sammeln, genau. Was haben wir denn, nur zehn Stück, das ist doch ein bisschen schwach. Dafür, dass wir doch von dem ersten so viel bekommen haben, ne. So, und dann geht's weiter, zack, 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 zack. Ui, so, wo waren wir stecken geblieben? Hier wahrscheinlich genau da. Wunderschön, wunderschön. So, ich würde jetzt auch mal sagen, wir machen das mal ein bisschen so, eins, zwei, drei, vier, wir machen diese Treppe, also hier mal so eine Stufentreppe hin. Dass man mal so ein bisschen sieht, wie viele Blöcke wir dann tatsächlich, ja, also wie viele, wie oft wir rund gehen müssen. Das heißt, äh, warte mal, da sind ja jetzt acht, ne, das heißt, wir müssen hier eins, zwei, drei, vier, dann sind das auch vier, dann sind das eins, zwei, drei, vier. Dann können wir das auch schon mal machen. Jetzt sind wir ja schon, gefühlt fast offen, das sind schon so ein paar Runden, ne. Schon so ein paar Runden, das ist das. Zack, zack, wunderbar, so, und dann einmal eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, genau. Wunderbar. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ja verrückt. So, eins, zwei, drei. Ja, das sind ein paar Mal. Ja, wie auch, wie auch müssen wir denn hier hingehen? Also, wir müssen quasi ein Mal rund, zweimal rund, dreimal rund, viermal, fünfmal, sechsmal rund kommen. Puh. Sechsmal. Das ist schon eine große Menge. Das ist schon eine große Menge. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist schon eine gute Menge. Aber gut, das sind schon ein bisschen was. Ich meine, wir haben einen, das haben wir schon gemacht, wo daher. Ja, werden es aber ein paar Folgen sein, die wir hier so ein bisschen verschwenden müssen. Nein, verschwenden ist es ja nett. Das ist ja, sieht ja nachher richtig gut aus, hoffentlich. Warte mal, der hat eine Nautilushell, die hätte ich gern. Die hätte ich gern. Die kann man nämlich nie genug voll haben, weil die kriegt man nämlich nicht so häufig. Also, schon häufig, also, also, so, äh, so von der Relativität her so gesehen. Schon, wo haben wir denn unsere Schalker? Die ist genau auf der anderen Seite. Aha. Die ist genau auf der anderen Seite. Das ist doch genau ärgerlich. Wir haben ja, ist das dann alles, was wir an Glas haben? Ist das alles, was wir an Glas haben? Hoffentlich nicht. Doch, das ist alles, was wir an Glas haben. Eis, Eis. Ja, schade, ne? Das ist schade. Ja, dann müssen wir nämlich erst mal hier. Erst mal hier Schluss dann machen. Und nochmal irgendwann später hier hin kommen. Beziehungsweise, wenn wir noch ein bisschen Glas gemacht haben, ne? Ja, das ist doch wunderbar. Na gut. Dann setzen wir jetzt gerade mal noch das Glas, was wir haben hin. Zumindest, ja, auch gut, dass wir es haben, ne? Das ist schon mal, gut, gar nichts mehr. Ja, dann ist Schluss. Dann reicht das, da können wir ja nichts mehr machen. Ja, weil wir müssten theoretisch gesehen einfach diesen Santi abbauen. Gut, 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 ne, was, 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 das ist mir egal. Wir machen das jetzt so, wir haben eine Ender-Chess, die nehmen wir mal hier hin und haben kein Crafty-Links da. Och, komm. Ich habe jetzt darauf gesetzt, dass wir Crafty-Zeugs haben. Mal mit den Bergbank, zack, zack, zack. Dass wir die da einsetzen können, genau. Was wiederum bedeutet, ne, so viele brauchen wir nicht davon, wir brauchen nämlich auch noch ein paar von denen. Und dann machen wir mal ein paar Laterns. Gucken wir, wie wir mit dem 63. Die Laterns, können wir keine mitnehmen, haben wir noch was da, nö. Wir können aber mitnehmen das, 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 aber das ist schon voll. Dann können wir mitnehmen das, wir können sie eigentlich mal alle so reinschmeißen und dann. Können wir das alles so mitnehmen, zack, 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 zack. So, die zwei können ruhig da bleiben, das ist mir egal. So, denn, hier kommen unsere Tools mit Unbreaking Efficiency. Ich würde sagen, wir tun die zweite Zig-Touch mal raus und tun dann die einfach dahin, ne. Das Obsidian können wir hier zur Krims-Grams rein tun. Die ist leer, die Schalker-Box, dann schmeißen wir die da rein, die ist auch leer. Das ist halt mit Kelb voll, ne. Ja, die haben alle ihre Daseinsberechtigung irgendwo. Warte mal, hier ist auch mit Zeugs voll. Können wir nicht die zu einer machen? Und wir könnten da auch... Ne, können wir nicht, die sind beide voll, das heißt, wir nehmen sie einfach mal mit. Äh, nehmen neun. Nehmen die mit. So. Und wir sortieren dann mal kurz, ne, das ist mal mit zu Hause. Das heißt, wir nehmen noch die mit. Setzen uns einmal hier hin. Setzen diesen Block einfach mal hier hin, dass wir den nachher irgendwann mal mitnehmen. Und da geht's mal kurz nach Richtung Heim. Nein, 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 wer hat denn gesagt, du sollst Regen schießen? Ja, da geht's zum nächsten Mal XP. Auch nicht, auch nicht schlecht. Zack, 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 zack. So, wir wollen nämlich erstmal kurz... Ach, ne, wir müssen... Ja, ist egal. Wir fliegen jetzt erstmal, das ist ja... Ich glaube nicht, dass wir jetzt so viel bauen. Ich hab... Ich mein, wir haben hier noch eine... Wir haben hier noch eine... Wir haben hier noch eine Dingensin hier, ne? Zack, was haben wir hier für Eis? Normales Eis, Packed Eis. Alles Packed Eis. Okay, gut, dann können wir das so verlassen. Ne, dann gehen wir wieder mal zurück in unsere Heimat. Wunderschön. Ja, ist ja gut. Weiß das doch. Das so la... Lampen sei schon. Ja, ja. Das ist doch schön. Was haben wir das? Möfstone. Wir müssen eigentlich Sand haben. Nö, ich sehe schon, komm. No sand ist er. Der ist no sand, so. Das heißt... Warte mal, das war... Ach, guck mal, die Toolbox ist... Ja, das ist ja geil. Aber die müsste man halt irgendwie... ...noch benennen, ne? Lava Buckets kommt da rein. Die Wet Sponges müssten wir mal anders rein. Die Kälbke mir irgendwo mal hier bei schmeißen. Die Wet Sponges... Ja, weiß ich auch nicht. Magma Cream, das sind Sachen, die müssen einsortiert werden. So, und... Sehr gut, sagst du Lars, die hätten wir noch gut verwenden können. Na ja, gut, ist ja egal. Dann schalten wir mal kurz ein. Art Obsidian. Zack. Ja, ne? Das, das, das. Das war hier rein. Nima da rein, wunderschön. Da kann das mal da durchgehen. Ähm, der den Stonebrick. Keine Ahnung, was damit. Äh, machen wir später. Wunderschön. Wir brauchen Sand. Wir haben nicht genug Sand. Hier ist Eis. Gut, Kelb. Wir müssen mal gucken, was wir damit machen. Hier ist nämlich auch noch ein bisschen Eis drin. Und die Potions und sowas. Das ist der Inhalt der Potions, den müssen wir auf jeden Fall... Also, das da müssen wir auf jeden Fall weg tun, genau. Warte mal, das können wir ja auch. Kupacapie schon einsortieren. Gold und Karotten. Weg, die weg, die weg. Komm, nimm diesen einen Dach aus. Tu, tu wie an. So, was haben wir denn? Dark Oak. Und so, und dann hatten wir hier kein... Hier noch ein paar Bricks. Die tun wir noch weg. Dies tun wir noch weg. Zack, zack, zack. Wunderschön. Eis, Eis, Eis. Okay, müssen wir erstmal irgendwo einsortieren. Die können wir eigentlich gerade mal wieder... Ne, da heintun. Und die Potions. Ja, weiß ich nicht. Können wir eigentlich mal hier reintun. Ich habe sie genau noch ein Stück noch. Ja, das müssen wir so lassen. Guck mal, das ist noch ein Fatome-Membran. Ach ne, Fatome-Membran war ja nicht das, was wir brauchen wollten. Ja, 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 ja. Ist okay. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schon mal zu Hause. Müssen wir mal hingucken, dass wir Eis einsortieren. Das tun wir mal hier rein. Und das tun wir mal hier raus. Und dann tun wir das mal da rein. Weil wir haben ja quasi mit... Also Holz haben wir ja quasi immer dabei. Sticks. Was ist das? Sticks tun wir auch mal raus. Also ich meine, wir sind ja jetzt nicht Dauer am Kraften, ne? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es mir gefallen, dann lass noch eine positive Bewertung da. Oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.